Im letzten Video dieses kurzen Tutorials haben wir uns angeschaut, wie ihr ein Depot eröffnen könnt. Das haben wir am Beispiel der Comdirect Bank gemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr den Link hier oben in der Infobox. Das Wichtigste beim Sparen und Investieren ist es, tatsächlich einmal anzufangen. Der Vorteil bei der Comdirect Bank ist, dass sie über 80 kostenlose ETF-Sparpläne bietet, die ihr schon ab 25 € im Monat besparen könnt. Der Vorteil für euch ist, dass ihr direkt loslegen könnt mit einem sehr geringen Sparbetrag pro Monat und auch keine Kosten dabei habt. Schauen wir uns daher einmal an, wie ihr einen kostenlosen ETF-Sparplan innerhalb von fünf Minuten einrichten könnt. Gut, wenn ihr jetzt alle Zugangsdaten der Comdirect Bank erhalten habt, könnt ihr euch auf der Website comdirect.de anmelden. Dazu findet ihr den Login-Button oben rechts. Ihr müsst dann eure achtstellige Zugangsnummer eingeben und euren sechsstelligen PIN, der euch zugeschickt wurde. Damit kommt ihr dann direkt in den Login-Bereich, wo ihr eine Übersicht von all euren Comdirect Produkten habt. Wenn ihr zum Beispiel ein Girokonto noch habt bei der Comdirect oder ein Tagesgeldkonto, seht ihr das ebenfalls zusätzlich zum Wertpapier-Depot. Wenn ihr jetzt einen ETF-Sparplan anlegen wollt, geht ihr hier oben auf Geldanlage und dann direkt auf den ersten Reiter Wertpapier-Sparplan. Ihr seht dann hier eine Übersicht der Wertpapier-Sparpläne, die ihr bereits abgeschlossen habt. Wenn das euer erster Sparplan ist, den ihr anlegt, steht hier natürlich noch nichts. Als nächstes klickt ihr dann auf Sparplan einrichten und kommt dann in den Bereich, in dem ihr innerhalb von fünf Schritten euren ersten ETF-Sparplan abschließen könnt. Die Mindestanlagesumme sind 25 Euro, von daher tragen wir mal 25 Euro ein. Ihr könnt aber natürlich auch deutlich mehr investieren, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr euren Sparbetrag eingetragen habt, klickt ihr auf Weiter und kommt dann zur Fondauswahl. Wenn ihr von einem Fond, ETF oder Wertpapier die WKN oder ISIN-Nummer kennt, könnt ihr die direkt hier eintragen. Wir gehen aber mal auf Wertpapiersuche, um uns genau die ETFs auszusuchen, die kostenlos zur Verfügung stehen. Da wir einen ETF-Sparplan haben wollen, müsst ihr hier auf ETFs klicken und dann bei ETF-Kategorie Toppreis-ETFs aussuchen. Das sind nämlich gerade die ETFs, die die COM direkt kostenlos, also ohne Ausgabeaufschlag anbietet. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr eine Liste von ungefähr 80 ETFs, die kostenlos zu besparen sind. Hier den ersten sehen wir zum Beispiel COM Stage 1, DAX ETF. Das ist ein ganz klein ETF, das den DAX abbildet. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr ein bisschen mehr Details und hier geht ihr auf Vergleichsindex, erscheint euch hier DAX Performance Index. Also dieses ETF bildet den DAX ab. Machen wir das wieder zu, weil wir beim ersten ETF nicht unbedingt nur in den deutschen Markt investieren wollen, sondern optimalerweise den gesamten weltweiten Aktienmarkt abbilden möchten. Somit sind wir möglichst weit gestreut. Hierzu suchen wir dann ETFs, die den MSCI World Index abbilden. Scrollen wir also ein bisschen runter, sehen wir die gesamten ETFs, die angeboten werden und kommen dann auf die COM Stage MSCI ETFs. Hier haben wir zum Beispiel einen MSCI Pacific X Japan. Das ist ein ETF, das in pazifische Märkte investiert, ohne Japan. Das interessiert uns aber genauso wenig wie den DAX ETF. Deswegen scrollen wir runter, bis wir hier zum COM Stage MSCI World kommen. Wir sehen auch hier schon, dass es ein Aktien ETF ist, also ein ETF, das einen Aktienindex abbildet und in internationale Aktien investiert. Klicken wir einmal drauf, sehen wir genau, sehen wir noch ein paar weitere Daten. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, also zu diesem einzelnen ETF, könnt ihr auch hier auf Mehr klicken. Wenn ihr auf Mehr klickt, bekommt ihr auch das Verkaufsprospekt und alle nötigen Informationen angezeigt. Wir möchten den Sparplan mit diesem ETF jetzt aber abschließen und klicken dann hier auf Wählen. Das ist der einzige Fonds, den wir heute besparen wollen. Wir können natürlich auch mehrere aus dieser Liste aussuchen und klicken daher in Sparplan übernehmen. So, jetzt wissen wir, in welche Wertpapiere investiert werden soll. Der Gesamtsparbetrag ist immer noch bei 25 Euro und wir können auf Weiter klicken. An dieser Stelle seht ihr noch mal, COM Direkt Provision zur Zeit 0%. Das bedeutet, dass ihr derzeit keinen Ausgabeaufschlag zahlt. Es handelt sich hierbei aber um eine zeitlich befristete Aktion. Wie lange das ist, das kommuniziert die COM Direkt nicht. Allerdings kann es sein, dass sich irgendwann die Kondition ändern und ihr hier Gebühren zahlen müsst. In diesem Fall wäre es zum Beispiel ratsam, seinen Sparplan auf einen anderen ETF umzustellen. Behaltet eure Pläne also auch immer im Blick. Hier habt ihr die Möglichkeit, euren Sparplan noch zu dynamisieren. Das bedeutet, dass eure Sparrate jedes Jahr um den Betrag steigt, den ihr hier angebt. Wenn ihr zum Beispiel 5% Dynamisierung angebt, steigt euer Sparbetrag jedes Jahr um 5%. Das ist eine interessante Alternative, seinen Sparbetrag wachsen zu lassen. Ich werde es jetzt mal nicht aus, dass ich es für persönlich sinnvoller finde, neue Sparpläne abzuschließen. Hier müsst ihr noch bestätigen, dass ihr die wesentlichen Anlageinformationen und das Verkaufsprospekt zum ETF gelesen habt und dann auf Weiter klicken. An dieser Stelle müsst ihr dem Sparplan einen Namen geben, um ihn wiederzuerkennen. Müsst ihr angeben, in welchem Intervall er kaufen soll, also bei uns jetzt monatlich. Wann er anfangen soll, also Anfang, Mitte oder Ende des Monats. Wir nehmen jetzt mal an, in welchem Monat er anfangen soll, also möglichst schnell und wann der letzte Kauf ist. Das könnt ihr offen lassen, dann läuft der Sparplan unendlich lang. Wenn ihr aber zum Beispiel in einer Ausbildung von zwei Jahren seid, könnt ihr das auch zum Beispiel auf zwei Jahre begrenzen und euch dann neue Anlagen überlegen. Wenn ihr ein Girokonto bei der Comdirect Bank habt, könnt ihr einfach hier Girokonto anklicken. Wenn ihr noch keins bei der Comdirect habt, könnt ihr hier eure IBAN des entsprechenden Kontos eingeben, wo die Comdirect Bank dann abbuchen soll. Ich habe ein Girokonto bei der Comdirect, von daher klicke ich das an und weiter. Kommen wir nun zum letzten Schritt. Jetzt müsst ihr den TAN eingeben, der auf eurer TAN-Liste steht, den euch die Comdirect zugeschickt hat und mit dem Klick auf Freigaben zahlungspflichtig wird euer ETF-Plan aktiviert. Hier habt ihr nochmal eine Übersicht. 25 Euro ab dem 1.6.2016. Derzeit fallen keine Gebühren an. Das war es auch schon. Hier könnt ihr weitere Sparpläne einrichten. Wenn ihr eine Übersicht eurer Sparpläne haben wollt, geht ihr nochmal wie gehabt oben auf Geldanlage und Wertpapiersparplan und seht dann, welche Sparpläne derzeit laufen. Könnt auch jederzeit weitere Sparpläne hinzufügen. Ich hoffe, euch hat unser kurzes Tutorial gefallen, wie man einen ETF-Sparplan abschließt und auch den ersten Teil, wie man ein Comdirect-Depot eröffnet. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, freuen wir uns jederzeit über eure Kommentare. Gebt uns auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.